So, willkommen zurück, ja, ich sitze hier in meinem neuen Panzer, was ich erst seit ein paar Tagen besitze, dem M48A1 Patton, 10er Amerikaner, und ich liebe das Ding mittlerweile, es hat sehr viele Gründe warum, aber dazu ein andermal. So, aber darum geht es heute nicht, und zwar möchte ich heute mal ein Tutorial machen, wie man gefährliche Panzer überwindet, und zwar müsst ihr mal gucken, der Gegner hat einen T95er, eine IS-7, und ja, die werden jetzt gleich hier auftauchen. Ich schieße noch nicht auf diese IS-7, weil wer weiß, was dahinter ist, da ist der TVP, der hat schon von mir kassiert, ich bin jetzt auf. So, ich habe hier eine IS-7 bei mir, und ein T110E4. So, diese IS-7 hat schon mal unseren T5-54-Light rausgenommen. Pass auf, jetzt fahren wir hier vor, der Gegner hat auch eine Badshed-Arty. So, jetzt haben wir die Wahl. Wo ist mein Schuss hin? Keine Ahnung. Jetzt haben wir die Wahl, hier stehen zu bleiben und von allen Seiten und plus von der Arty zu kassieren, oder... So, ich dränge jetzt diese IS-7 mal ein bisschen nach vorne zu fahren, weil das ist seine Aufgabe, als erster zu fahren, der hat die Panzerung. Weil wenn wir hier zu lange rumeiern, dann kriegen wir hier nur auf die Fresse. So, jetzt hat das verstanden, er fährt vor, er soll sich den Schuss fangen. So, pass auf. Ich faxe nicht lange herum, gebe dem einen Schuss von der Seite, fahre um den herum, ja. Weil wenn ich jetzt 2000 Jahre da vorne stehen bleibe, dann kann er hier die Panzerung einsetzen und dann ist nichts mehr mit, äh, vorwärtskommt. Da verlieren wir nur unnötig HP. Also, was muss man tun? Jetzt kriege ich auch von da hinten. Ich, äh, pushe diese IS-7 ein Stück nach vorne, kettel sie auch jetzt nochmal, hab sie auch... Guck, jetzt weiß diese IS-7 ihre Panzerung nicht mehr einzusetzen. Somit hast du die Panzerung der IS-7 außer Kraft gesetzt, indem du das Ding umfahren hast. So, da kommt der T-95er, er hat die IS-7, wie gesagt, noch als Backup. So, und jetzt, äh, guck mal, IS-7 Panzerung schon mal überwunden. Jetzt kommt T-95er. Ja, jetzt muss man vorsichtig sein. Ihr seht ja meine Kommandokuppe da oben, die ist sehr anfällig, da muss ich aufpassen. Schön vorsichtig. Ich hab den gekettet, T-95er hat geschossen. Pass auf, der hat mindestens 14 Sekunden, äh, Reload. So, das heißt, diese 14 Sekunden, ich kette den jetzt nochmal, diese 14 Sekunden nutze ich, um, äh, um von denen herumzufahren. So, dann hab ich mir halt mal einen Schuss von der IS-7 gepackt, geb dem T-95er einen Schuss in seinen Arsch. So, und jetzt muss ich mich jetzt aber um die IS-3 kümmern, weil der T-95er ist nicht mehr für mich gefährlich. So, hab der IS-3 noch eine mitgegeben, jetzt kommt noch so ein, ähm, Medpanzer. So, nehm in Ruhe die IS-3 raus. So, blockier jetzt noch den T-95er. Benutze ihn gleichzeitig als Schutzschild. Schieß ihn von hinten in seine Kommandokuppe. Ja. So, benutze ihn, wie gesagt, als Schutzschild. So, wir nehmen T-95er raus. Jetzt hab ich seinen Drack als Schutzschild. Der E-4, muss ich dazu sagen, hat sich wirklich nicht unbedingt klug angestellt. Davon mal abgesehen. So, der schießt mir oben meine Kommandokuppe. Ja. Unsere IS-7, ich weiß nicht, was der da hinten immer noch rumgammelt. Also, wenn ich den vorhin nicht so ein bisschen gepusht hätte, dann würden wir immer noch da vorne stehen. So, da trifft mich jetzt auch die Artie, die ist wohl da hinten am Wasser irgendwo. So, endlich hat unsere IS-7 es mal gerafft, dass der mal da drauf pushen sollte. Das macht er jetzt auch. So, da ist dieser Artie. Verpasst der Artie jetzt auch schon mal eine. Und weil sie mir da so viel HP gezogen hat, ein Schuss hat sie bekommen. Nehme hier auch die Artie raus. Und ja, das Spiel ist somit gewonnen. Ja, also so überwindet man schwer gepanzerte Fahrzeuge. Es bringt nichts, wenn du zwei Jahre lang vor denen stehen bleibst, da mit denen rumballerst. Weil, wenn der härter gepanzert ist und auch die dickere Kanone hat, der macht dich halt platt, ne. So, dann, wie gesagt, umfahren, schön. Natürlich hatte ich ein bisschen Backup, weil alleine gegen so viel Panzer hätte das nichts gebracht, ne. Müssen schon ein bisschen Hilfe hinter dir sein. Und dann schön die Leute umfahren und dann die zwingen sich umzudrehen oder wie auch immer. Alles klar, das war mein Tutorial. Wir sehen uns jetzt bei den Gefechtsergebnissen. So, ja, Gefechtsergebnisse. 3.312 Schaden, 2 Kills. Höchste Erfahrung. Gegnerteam, E50M, Unicom. Dann, was hatten die denn hier? Wo ist er denn? Arcani strongest. Gut mit, ja. Wo ist denn der T95? Der kam gar nicht dazu, Schaden zu machen. Oh mein Gott. Leute, muss ich nichts dazu sagen. Wo ist denn diese IS-3? Oh mein Gott. Naja. Und das war die IS-7, die wir so ein bisschen in die Mangel genommen haben. Petten. Schnell, wendig, schießt schnell und so. Und extreme Sichtweite. Also ich liebe meinen Petten. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert. Auch meinen Kraft-Sport-Kanal abonniert. Links sind unten in der Beschreibung. Oder klickt hier oben die Videos, die ich verlinke. Und bewirbt euch, wenn ihr zu uns wollt. Ein Tier-10-Panzer ist Pflicht. Oder es sei denn, ihr habt mehrere 8er, 9er. Das würde auch noch gehen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.